Na, Leute zusammen, mich hier ist wieder Deutschler und schau euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement-Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir einmal finden können unter Quests und dann Dragonflight. Und hier haben wir das Achievement Endlich Ruhen. Für dieses müssen wir folgendes machen. Besorgt Einträge zur Geschichte der Ruhestätte des Verräters für Edward und die Archive von Azeroth, während ihr am großen Buddeln teilnehmt. Und dazu brauchen wir einmal das Event, und zwar das große Buddeln, Ruhestätte des Verräters. Das befindet sich im Azublauen Gebirge auf den Koordinaten 26, 46. Und das findet jede Stunde immer zur vollen halben Stunde statt. Also sprich um 1.30 Uhr, 2.30 Uhr, 3.30 Uhr und so weiter. Und um das Achievement anzugehen, brauchen wir die Weekly Quest. Die Weekly Quest gibt es in Taldrassus auf den Koordinaten 61, 30. Die könnt ihr hier abholen mit jedem Char, der am Max-Level ist, müsste das gehen. Und da fliegt ihr einfach hin, könnt die Quest direkt in dem Turm, das ist nicht oben auf dem Turm, sondern unten drin in dem Turm, quasi einmal abholen. Und dann müsst ihr hier das Event spielen. Bei dem Event ist es so, ihr müsst einmal am Anfang zumindest einen Erdhaufen anklicken, dass ihr teilnehmt. Also die sind hier quasi um dieses Gebäude dann rum, die könnt ihr anklicken. Und am Ende späunt ihr drüben den Boss, den haut ihr um und dann habt ihr die Kriterien für die Weekly Quest erfüllt. Mit dem ersten Char in der Woche, wo ihr die Weekly Quest abschließt, kriegt ihr 5.000 von den Münzen. Bei jedem weiteren Char bekommt ihr nur noch den Ruf und keine Münzen mehr. Heißt, mit dem ersten Char lohnt es sich sein, mit dem anderen kann man den Ruf halt auch noch theoretisch mitnehmen. Es ist jetzt so, für das Achievement müsst ihr einen Balken auffüllen. Jedes Mal, wenn ihr eine Weekly Quest abschließt, kriegt ihr, glaube ich, 17% müssen es sein. Ihr könnt aber in einer Woche, und ich habe das jetzt in der ersten Woche gemacht, einfach mit 6 Char die Weekly Quest machen. Und dann habt ihr den Balken voll und habt das erfüllt. Oder ihr macht halt mit einem Char 6 Wochen hintereinander das Ganze. Das ist euch überlassen, aber das ist hier ein Battle.net Account Achievement. Also heißt, ihr könnt auch einfach 6 Charts nehmen und hier nacheinander hingehen und das Event durchregeln. Dann haben wir, wenn wir das abgeschlossen haben, dementsprechend ein Pad als Belohnung bekommen. Und zwar habe ich das hier schon im Eventar. Und mit einem anderen Account habe ich es schon gelernt. Das habe ich ja mit allen quasi einmal bekommen. Wir können es uns jetzt auch mal anschauen, wie das aussieht. Und schon müsste das irgendwo hier sein. Genau, da haben wir es. Das ist so ein kleiner astraler Otter. Die rennen hier unter anderem bei dem Event auch rum. Deswegen ist es eigentlich ganz passend. Genau, mehr ist es tatsächlich nicht. Habt mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.